Auf geht's nach oben! Da hinten geht's zum Campo Longo, oder? Ja, da ist Kuma. Gerade ein kleines Päuschen, die erste Etappe ist geschafft und wohin geht's nachher? Elias, kannst du mal zeigen, wo es hingeht? Auf den kleinen. Auf den großen. Ja, das ist ein kleines Päuschen. Bis zum nächsten Mal. Super. Ich bin zu Recht, aber das ist schon cool aus. Ja, sehr gut. Da ist alles besser. Ey, wie geil ist die Ausdruck. Von da kommen wir her. Jetzt folgen wir den Markierungen. Dann geht es da hinauf. Ja, wir können oben ein Jäckchen anziehen, aber lassen sie erstmal hier aus der Scharte raus. Schön lang. Wow. Eigentlich könnten wir ja kurz mal runter auf den. Wir könnten den Berge steigen, den und den. Volle Konzentration da Jungs. Da stürzt du nur einmal ab. Jetzt gehen wir erstmal da ums Eck und dann sehen wir es. Warte. Sassonga. Wo ich sehe kein Sassonga. Eine Stunde. Noch eine Stunde. Da wird der Klettersteig für dich hier ein Klacks, wenn du das jetzt hier ohne Sicherung gemacht hast, oder? Das Wahnsinn, was der Kerl hier raushaut. Ja, herzlichen Glückwunsch und der Keil. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Wir sind jetzt beim Abstieg und da sieht man unseren Weg zurück. der sich da entlang schlängelt. Mit den Händen runter. Hand am Seil runter. Da oben. Ja. 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 Und weiter konzentriert bleiben. Beide Hände. Und vorsichtig weiter. Ja. 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 Ja.